Hi guys, ein neues Video bei Hossein und Mahmoud. Ja, wie ihr gerade seht, ich habe ganz viel über neue Season, Season 14 wird bald kommen und dann können wir dann wieder endlich, weil gleich, ihr wisst wie, andere Dinge, also Season 14, ich bin dann, ich freue mich so, bis er kommt, weil wenn er kommt, dann geht's vielleicht, dann kommen die Skins, eh Superhelden, ja, wie Captain America, ähm, Spider-Man, Batman, Batman hätten sich, hatten sich schon, oder? Ja, Batman hätten sich. Ganz viele, ganz viele werden kommen. Hax, diese ganz viele, ja, Superhelden werden alle kommen. Aber ihr fragt euch jetzt, wieso ich ganz wenige Videos gerade zur Zeit mache, weil ich habe wirklich Probleme. gerade das dritte Mal das Video, ein anderes Video gedreht, wo, wieso, oder, wieso ich das mache, weil, immer wenn ich das Video drehe, dann ist eh ohne Ton, also ich rede, aber niemand hört, oder irgendwas passiert, und das, 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 dann ist das das Problem. Was soll ich jetzt? Ja, ich geh jetzt, ich hab grad ein Auto gesehen, warte, ich nehm erstmal das. Ich nehm erstmal, ich fahr gleich mit Auto. Vielleicht geht das ja, vielleicht geht das ja. Probieren wir mal, okay? Warte, warte. Schön, oder? Den hat jeder bekommen, glaube ich, dieser Axt. Ich glaube, jeder hat den bekommen. Ihr wisst ja auch, was passiert ist. Über iPhone und, wie hieß die nochmal? Ja, iPhone hat sich halt mit, also mit Fortnite, oder ja, so gesagt, mit dieser Firma, was Fortnite, ja, ab und, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ich hab komplett vergessen. Ja? Ja, diese, diese beide Firma haben sich so gestritten. Ihr habt doch erstmal die PS4 angemacht, oder ihr, ihr habt doch Fortnite. Und dann seht ihr zum Anfang so ne Katzin, wo viele Leute am Fernseher waren und da einer so redete. Und dann kam eine Frau, oder, ja, und schmeißte auf dem Fernseher ihr Hammer. Das habt ihr gesehen. Aber, wo iPhone erfunden wurde, nicht erfunden, sondern also gemacht wurde, da haben sie, was? Was? Warte, wie wurde ich gekillt? Der 31er, der lacht noch. Ja, macht Like, abonniert mich dann, sag ich mal Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.